Ach, es ist immer wieder lustig. Endlich kann ich wieder ein bisschen ballern. Hey Leute, hier ist es halt immer. Zurück mit Robocop. Die Blechpolice. Das ist ein cooler Automati, oder? Ja, das sieht alles so uralt aus, aber eigentlich soll das ja so futuristisch sein, ja? So, dass Technik kommt, so digital und gleichzeitig Computer, so ein bisschen wie bei Aliens. So Leute, wie sich die Leute die Zukunft vorstellen. Aber bei Robocop ist das eigentlich, welches Jahr haben wir eigentlich bei Robocop? Weil das ist ja eigentlich schon fast irgendwie, alles ist stehen geblieben, zeitmäßig. Und nur Elektronik hat sich ein bisschen weiterentwickelt, so. Aber nicht optisch, ja? So, jetzt gehen wir mal zu dem Filmset. Und buchten mal den Jenkins ein. Und dann werden wir zu Sunblocker 5000. Aber wir sollten dafür keine Werbung machen, das ist ja schlimm, das Zeug. Wer hat Cassie Carmel ermordet? Ich kann dich nicht in, Robo. Wir sind in der Mitte der Schreie. Das kann nicht warten. Die sagen, die 20 Sekunden in der California Sunshine ist zu viel, diese Tage. Vielleicht kommt das ja als Werbung. Ich mache mal Screenshots die ganze Zeit, deswegen. Kann ich jetzt mal mit der Tante reden, oder? Okay, gut, dann hat es das erledigt. Such nach Sud. Nein, Sud wollen wir... Jetzt machen wir Dien und Schützen. Vier von sechs, noch zwei Missionen. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal gestohlene... Ach, gestohlenes Fahrzeug haben wir auch noch. Machen wir gestohlenes Fahrzeug und dann machen wir das mit dem Dingens-Dealer, weil das habe ich... Warte mal, habe ich eigentlich irgendein Level? Eins! Sehr gut. 20% Chip-Unifizierungs-Bonus. Aha. Was ist der Chip-Unifizierungs-Bonus? Ah, so. Ich will alle Codes knacken können. Ich will alle Codes knacken, komm an. Ich bin Robocop. Es wird kalt, und jetzt haben wir nichts für das Feuer. Komm an. Das ist eine richtige Frage. Erst schön. Bum, 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 bum. Ich trumpel, trumpi, trumpi hier rum. Trampel die, dumm, bum, 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 bum. Trampel die, bum. Ich trampel hier rum. Trampel die, bum. Was ist denn hier los? Was ist denn da passiert? Kunstwerke. So, Freundchen. Die Verzögerung von Ermittlungen ist ein Verbrechen. Die sind nicht belästigt worden. Noch nicht. Das war nicht meine Absicht. Deduktionsstufe 2. Ah, scheiße. Mist. Siehste? Deduktionsstufe 2. Wenn ich das jetzt schon hätte. Aber dann bin ich dann vielleicht... Nee, das ist Technik. Deduktionsstufe 2. Vielleicht sollte ich doch mal gucken, dass wir Deduktion machen. Erweiterter Scan. Das wäre vielleicht... Okay, pass auf. Dann machen wir mit der Quest gleich weiter. Dann nehmen wir jetzt eine andere. Und zwar nehmen wir den Discounter-Dealer. Ist ja egal. Wir sind ja noch nicht weg. Also wir brauchen Deduktion 2 und dann Code knacken. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Those people on the first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no. Ermittlungsbereich. Für was? Drogliele anrufen. Ach ja. Ich würde Nuke gerne einmal probieren. Ich würde mich nicht überlegen. Du hast es versucht, dein erste Bag zu kosten? Nein, das ist es. Ich würde mich selbst verkaufen. Ich habe eine halbe preis, aber... Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst wie... ... 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 Loll! Adresse sicher gestellt. Die Kresser hab ich total vergessen mit dem Jungen im Auto am Anfang. Der hat doch gesagt, ja, 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 Maurice. Vielleicht hätte ich doch zuerst Deduktion nehmen sollen. Aha. Sehr gut. Also es geht jetzt besser mit der Sensitivität. Was ist das denn? Ist das ein Luke? Schuhabdrücker. Ah, okay. Telefon. Aha. Freundliche Warnung. Maurice, ich schreibe dir, weil bei dir immer besetzt ist, aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gesehen werden wollen. Sud hat nichts dagegen, dass du diese drei Schwachköpfe das Nuke abjagst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen, aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät, also erinnerst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei den Torch-Heads nicht funktionieren werden. Wäre denn, es ist nämlich total durchgeknallt. Morix Waschplan. Okay, ist nicht wichtig. Okay. Okay. Man, ist ja überall ein Nuke. Ich mag den Namen, ne? Nuke. Okay, sind sie hochgegangen. Man, ist ja ganz schön breitbeinig gelatscht. Ach, den halten den bestimmt Kopf über vom Dach. Die schmeißen doch alle Leute mal runter. Vernünftiger Dealer. Ich habe deine Geld. Du hast nur halb. Und das ist der Problem. Du wirst dein Produkt mit einem Hals auf ein paar Adämen. Das macht meine Kunden kompleinend über meine Adämen. Das ist nicht toll, Maurice. Vielleicht denkst du, dass ein Kostümer-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base. Base-Base-Base-Base? Die Verkaufungen sind verabschiedet. Es wurde schon wieder und wieder verabschiedet, dass solche Aktionen die Verkaufnahme zu reduzieren, Ihren zu verabschieden. Antitrust-Läubungen sind da für eine Reise. Scheiße, Maurice! Alles, was wir sagen wollen, ist, dass du die Grunde Grunde der Markt mit deinem Predatorn-Prischen verabschiedet. Wir können einfach nur mit dem Weg gehen. Das ist nicht fair und nicht ethisch. Nicht zu sagen, dass du illegal bist. Warte, was du? You are under arrest. Come quietly or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Okay. Es ist nicht die Torch-Heads auf jeden Fall. Reicht das? Oh! Shit, man! Why did you do that? What am I gonna sell now? There are various charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk or I'll jump. Okay, Hinweis. Sucht nach dir. Even if you escape, Sucht is out to get you. You will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean, I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept this stuff. But I have to have our deal in writing. Okay. That's cool. I didn't know if he can do that. I didn't know if he can do that. And they have even reacted to it. And another one less. That's cool. There he is! Have you seen? There he is! There was the guy who shot on the floor. I'm a crazy guy! Okay. Mist, we need a bit of something. Can I get this new? Okay, this is now looking after Suth? No, 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 no. Dienen and beschützen. Police work. Now we've got four... Machen wir das gestohlene Fahrzeug weiter Da war jetzt ein Weg Da muss ich halt noch was anderes machen Passiert halt Passiert dem Besten Der schon wieder Sie haben ja mein Hast du mein Vielleicht finden wir ihn ja Oh guck mal hier Aha Okay weiter Street Cop bin ich Nicht Robocop TJ Lazar Resurrect Was? Resurrection Ach das wollte ich doch gar nicht weitermachen Ich Trottel Ja genau Warte mal Entschuldigung Aber ich hab das mit dem Das ist gar keine aktive Mission Oder was? Verstöße finden Achso Das ist das Gut wir müssen aber trotzdem noch in die Arcade Das war ja noch gar keine Quest Die ist noch gar nicht aktiv Achso die hab ich noch gar nicht aktiv Ja geh jetzt mal hier gucken Da war ich nämlich noch gar nicht No short-term investments Not in this market We're looking at an annual return Of 9.2% If you diversify your portfolio Based on the volatility report Deferred profit shares Are where it's at Trust me I know what I'm talking about But But you're homeless Oh nachtsig Das brauchen wir aber nicht Ist ja nicht so dunkel hier Gott sei Dank Aber wo gehen wir hier hin? Trinken in der Öffentlichkeit Das müssen wir Der arme Kerl Public drinking Is against the law Public? Well this is my private sofa I've dragged it all the way from the junkyard Warnung I will let you go this time But remember The drinking in an unsuitable environment Can lead to severe consequences Well that's the whole point Der arme Mann Der hat doch nix mehr Männer Ich kann das bestätigen Aha Lol Das hat sich mal gelohnt Müssen wir uns merken Die Kisten Das hat sich mal gelohnt Ich bin nicht witzig Wie viel ich übersehe Aber guck mal Da kommen wir schon rein Jetzt nicht Aber irgendwann Okay 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 Cinema Wo war denn das? Äh Wo waren die Arkaden? Das ist der Waschsalon Da waren die glaube ich Ist auch expired Ah ne Hab ich schon Hab ich schon Hab ich schon Ich hab echt nichts zu tun Ne Ach das ist das mit zu Ach machen wir das einfach Jetzt mal Ist doch egal Ich dachte das wäre Eine Nebenquest gewesen Oh crap Give me back my money You piece of shit Don't you cops Ever get bored With harassing Successful entrepreneurs Hey This shit is rigged That's a serious Accusation kiddo Someone might think I would allow Such illegal activity In my high class Business Which I do not I get lost You work for soot Tell me where to find him You cops are giving me A stomach ulcer Stop asking me About guys I don't know Withholding information Can lead to bigger trouble Than a stomach ulcer Look I'm a busy man So I'm going back To my office now Why don't you join me there And we'll talk Oh On second thought You can't do that Because you don't have a warrant Do you Harry Potter Ich komme Keine Sorge What a douchebag Hier sieht's aus Jetzt müssen wir gucken Dass er die Sachen hier manipuliert Dann reden wir erstmal mit dem Jungen Geht zur Schule Geht Children Should not skip school It is important For them to attend Every single class I stop listening After should Das ist glaube ich Kurze ne Ja Schön Man ich Voll steil Da triggert echt Mein inneres Kind Bei sowas Ich brauche Münzen Ich bin doch dabei Sud Sud Mein lieber Geschäftspartner Seit einiger Zeit Verhalten sich Deine Männer Wie soll ich sagen Sonderbar Sie verhören Einander Äh Sie verhören Einander Dazu Was es heißt Ein echter Torchhead zu sein Als ob Sie Nach einem Spitzel suchten Aber den kann es In einem so gut Aufgestellten Kriminellen Unternehmen Wie dem Euren natürlich Nicht geben Wahrscheinlich Fragen sie sich Warum Nach eurer Live Show Die übrigens Wirklich ein großes Kino war Kein Bullen Kein Bull angeklopft hat Sie sollten wissen Dass die Bullen Angst vor euch haben Wenn ihr euch Untereinander streitet Ist das schlecht Fürs Geschäft Vielleicht solltest du mal Mit ihnen reden Um die Produkte Produkte Man jetzt Hab ich es auf einmal Produktivität In den Schwung Zu halten Dein demütiger Partner Also entweder Das ist gut vor Oder scheiße Das ist halt Ja ich hab immer noch Keine Brille Ah Ah Scharnier Ah hier Scharnierschmiermittel Irrelevant Achso Ha Der Beweis Scharnierschmiermittel Der Ausgang Wo alle nicht reden Ich war doch gerade Schon hier Hä Hä Bin ich jetzt Ich war letztes Mal Schon war ich zu blöd Hierfür Da steht nicht mehr Ermittlungsbereich Richtig mit dem Reden Ist irgendwas Vergessen? Was war das denn nochmal Was war das denn nochmal Ja aber ich war ja auch schon Gerade hier Ganzen Stecker Es gab da noch irgendwo Oh ja genau hier ist noch ein Raum Ich bin Ich wusste nicht Ich wusste nicht, dass du so großartig hast Und da ist noch eine Aber zwei Du Von jetzt Ich versuche Ich will Ich will dich mehrmals spürzen. Ihr Körper hat sich ein Verbrecht, Herr. Oh Mann! Wie ein T.J. Laser? Du bist so sehr glücklich! Ich bin definitiv noch mehr davon. Wer hat dir die Drogen? Ich würde wirklich nicht sagen, aber... Du bist meine T.V. Hero. Okay, gut. All die Arkeide werden dir verwendet. Okay. So, los geht's. Kein Problem. Ach, es ist immer wieder lustig. Endlich kann ich wieder ein bisschen ballern. Es gibt's doch nicht. Was ist mit dem los? Weißt du, schon treffe ich nicht. Nur weil ich die Sensitivität... Ach, ich kann... Ah, okay. Die sind natürlich auch alle angeschlossen, die Geräte hier. Warum hört man die nicht? Nukem. Das sind immer nicht die Drogen, oder? Fun with the Family. Nukem. Ist das so ein Strategiespiel, oder was? Atomomisieren. Das Familienspiel. Sag Nuke, oder mach die Beagle. Hat keine Lust. Oh, oh. Freundchen. Warum bin ich jetzt auf einmal in Slow-Mo? Weil der letzte war. Okay. Ich hasse Stühle! Ah. Weil dann sehe ich immer, dass... was leuchtet, was ich aufheben kann. Nicht diese Monitore. Wie sieht's hier aus? Ein Punkt. Mann, ich brauche aber nur noch... Wir behalten den jetzt erstmal. Ohne ihn zu benutzen. Wollte grad sagen... oder du wirst es vergleichen. Kann der Typ nur... ...Drucks zu Kindern verkaufen, ohne dass du ihn alle fünf Minuten verhörst? W-Who am I hurting, huh? They all want it! W-Where do I find Soot? Well, if that's the case... Shut it, Bozo! Unless you want to end up in the Ghost House like that cop's informant! Hey, don't you dare open that door! I'll shoot you! Technik 2. Dämpfe füllen den Raum. I have detected a fault in your ventilation system. Your room is filling up with fumes as we speak. I can already feel it! I can't take it! Not with my asthma! No! Don't you touch that door, you damn hypochondriac! Fuck that! I'm getting out! Huh? Ah. Tell me. Where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff. And to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you. What's in it for me? For kürze Haftstrafe. Ich würde dafür sorgen, dass sie sich für kürze Haftstrafe. You can get your sentence reduced if you cooperate. Yeah, but if word gets to Soot, he won't do business with me again. Once I am done with him, he will not be doing business with anyone. Haha, that's a good point. I think we've got a deal. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sights. From what I've gathered, it's that big burnt down building. A bit down the road. Anyway. That's all I know. That will have to suffice. For now. Okay, wieder einer weniger. Oh, die haben aufgegeben. Wahrscheinlich hätte ich da drauf schießen sollen. Rechnung für Einbau. Ach genau, der Knopf. Hier ist ein Knopf. Safecode. Ja, Deduktionslevel 2. Siehste? Brauche ich noch einen Punkt. Techniklevel 6. Habe ich auch nicht. Aber hier ist der Knopf. Für, warte mal. Jetzt will ich mal gerade gucken. So sieht es hier aus. War hier ein Raum. Eine Tür oder so. Das da geht dann auf, glaube ich. Was ist das denn nochmal gemacht? Da sind die Kabel. Genau. Das war das hier. Yeah. Geht doch. So. Jetzt Deduktion 2. Boom. Durch das Scan entdeckst du häufiger hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel Kombination eines Saves oder du kannst versteckte Objekte oder Räume aufspüren. Wo hätte ich das nochmal schießen können? Ach, das habe ich nie gemacht. So, jetzt. So. Geil Jetzt können wir auch die mit dem Stunden Auto Die Quest machen, aber erstmal muss ich aufhören, liebe Leute Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Beim wunderschönen Robocop und bis dahin wie immer Haut rein, Leute, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren Däumchen da lassen, haut rein Däumchen 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 Däumchen